Du hast jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du fährst in Zukunft dann die Spur oder fährst nur noch als Letzter. Ich bin auch... Ja, verrufen dann schon, das ist ja raufgeschrien, aber zuerst machst du mal zwei Meter von der Spur weg. Ja, und das kann... Ah, eine kleine Spur. Das ist ja letzte Saison, aber auch noch ein bisschen sportlicher. Ja, es wird viel zu sein. Danke. Danke. Das war's für scalesineken. Danke. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Aha. Lass es in sich. Lass es in sich. Stefan. Walross, Stefan. Ich hätte jetzt Lust auf die große Fafel Milchschokolade. Milchschokolade. Oder Limpf. Diese Limpf. Weihnachtsnimmer. Die waren extrem lecker. Die haben wir einen Weihnachtsmann festgebracht. Schleppschokolade, Limpfschokolade. Das ist ja alles bei mir.